Stimmt, wir könnten ja eigentlich nur uns. Weg mit der Scheiße, du. Weg mit der Scheiße. Oh, die allererste. Also, das war doch noch die allererste. Geh mal auf die aller... Ne, das war die zweite. Geh mal runter, runter, runter. Gibt's die überhaupt noch? Gibt's die denn noch? Er muss ja. Ist das nicht die erste? Nein, das ist nicht die erste. Die erste war die. Das war... Das war die erste. Und wenn er noch in den Wald gefahren ist, wo der Jäger noch hin rauskam. Da ist er, da ist er, das ist er. Die Gerichte Strafe zu den User 2015. 2015. Ja, das war für so ein Horrorfilm. Ja. Das alte Intro. Leere Intro. Das war schon fett, ne? Herzlich willkommen bei Tissi Schuhbäsch. Ja. Dann kann man schon einen halben Meter Rutsche. Oh, vielen Dank. Ja, dankeschön. Und Leute, wir wünschen euch natürlich ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch, viel Gesundheit fürs neue Jahr. Erstmal einen guten Rutsch, weil wir haben ja noch kein neues Jahr, ne? Aber, die muss vielleicht schon sehen, ne? Alter, meine Frisur. Bruder, was ist mit meiner Frisur los? Und wir hauen heute nochmal was richtig krass. Die Frisur sieht aus, Alter, wie war Thomas Anders an der Fronten. Wie hieß der mit dem... Wie hießen die? Ja, Dieter Bohlen und Thomas Anders, wie hießen die? Modern Talking. Du siehst aus wie der von Modern Talking, Alter. Was habe ich für eine Welle dort vorne hängen? Die alten Regeln, also das heißt, dreimal Zufall drücken, die beste Mannschaft darf man behalten. Die, wo man halt will, muss man dann zuschlagen. Aber, ich habe es damals in den Trend gesetzt. Ich war der Erste, der da Undercut hatte und meine Familie hat mich ausgelacht. Das weiß ich doch, meine Schwestern. Baul, Anke, ich hätte immer meine Familie nicht ausgelacht. Bin ich verarschen? War immer so. Du siehst, gute Hinne. Warst du eigentlich... Hattest du so einen Locke-Stab früher drin, für die Welle vorne zu legen? Ey, brutal. Dauwoga live. Gleich fliegt ein Pokéball auf mich. Ich glaube, ich sage, die verbrennen dir komplett den Arsch, ne? Ach, die Scheiße. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gemacht, Leute, ne? Ich habe einfach nur Angst, dass ich die Jungs kennengelernt habe. Xbox noch. Ja, was ist das? Wie alt war der da? Vor drei Jahren, hast du ihn, ne? Vor drei Jahren. 25. Drücke, 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 drücke. Okay, gut. So, Leute, wer im Fan beginnt? Du. So, ach du Scheiße. Das war doch die Scheiße mit Uwe. War das das? Oh nein. Ich nehme die letzte mit. Es ist ein Villa. Scheiße, aber die sind auch nicht mehr so gut. Ach, du Scheiße. Digga. Ach, du Scheiße, das zündet am Arsch. Hab ich mit der Mannschaft gegen dich gewonnen? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, Digga. Das hatten ich. Oh Gott, meine, das hat auch rotz. Das hat auch rotz. Alter, was ist mit dem schon wieder? In Sanches, aber da kann keine Moves, Alter, das Sanches. Bist du dumm? Was habe ich denn? Ich habe im Zug es einfach so gut. Erst im Villa war das, glaube ich. Die hatten doch auch nichts. Oh! Vier Sterne hatten wir. Die Latte, Alter, die suche ich. Immer auf die lange Latte davon, Leute. Oh Gott, das ist so lang. Oh! Meine Frisur. Oh Gott, das war's, redet mir die Arschrakete. Ach, der ist total verwirrt, Alter. Jetzt geht's schnell, jetzt geht's schnell. Boah! Alter, der Rakete am Fuß, Mann. Hatte ich Torwart gestellt? Ja. Geiler Ball, geiler Ball. Schnittskills waren schon da. No! Torwart gestellt, ne? Ich konnte nicht mal weiterlaufen, der war zu langsam, ey. Nein. Verpisst dich, verpisst dich, dass man 16 hat. 85. Irgendwann! Unterhalb! Alter, das war... So was hast du gewonnen. Unterhalb! Das war falsch! Das war falsch! Das war falsch! Alter, konnte ich mal Elfmeter schießen, oder was? Ja, jetzt guck mal, das war, wie es so war unten. Boah, der kann ja gar nicht. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich Elfmeter schießen konnte. Ohne das grüne Ding muss man ja noch treffen. Ja, wie oft hast du durchgewechselt? Der ist gut. Was? Nein! Ich hätte nur in eine Ecke schießen müssen! Okay, ich konnte damals auch keine Elfer. Verlängerung! Alter, krass, wusste ich gar nicht mehr. Leute, es geht mal. Golden, 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 Golden. Oh, fuck. Ey, scheiße, Mann. Ich hatte die Arschrakete, die hätte weg sein können von mir, ne? Spenden lesen wir gleich vor, Jungs. Time-Felish. Ja! 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 Es war Golden Goal immer, ne? Ja, ja. Ja, ja. Schön unter den Sack abgequetscht. Ja. Ja! 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 Scheiße, ich muss die Kohle drehen. Alter, da sieht man mein halber Arsch! Jetzt, wo es spannend wird, Taui! Mein halber Arsch. So. Hinten auf die Polizei. Es tat so weh am Blanke. Es tat so weh. Das ist das Fuß so dick, was damals weggeflogen ist. Das ist der... Achte, jetzt löst es gleich. Der hat schön die Rosette freigebrannt, der hier. Die Musik. Seine dreckige Dreckslache. Ja, schön haben wir den Arsch gezoomt. Boah, Alasch, du Hinne, eine Mähne. Tauboga. Stopp. Stopp. Ganz kurz. Tauboga war geil. Da geht doch jetzt das Video weg. Ja, ist doch eh fertig. Digga, das hat gebrannt des Jahrhunderts. Thomas Anders. So safe. Von Modern Talk in früherer Zeit. Da. I see no difference. Ganz ehrlich, Simon. Ganz ehrlich. Das einfache Simon. Ich seh mich eher hier. Achtung. Einfache Simon. Ich seh mich eher als Tauboss. Ich seh mich eher als Tauboss mittlerweile. Das war die Entwicklung zum Tauboss. Von Thomas Anders zum Tauboss. Was gab's noch? Der Bade, der Badeschlappe. Arsch. Rakete, die zweite war glaube ich auch gut, oder? Nee, mach mal der Badeschlappe. Oder der Fisch, mach nochmal der Fisch. Boah, nee, der Fisch geht nicht. Dann mach mal der Badeschlappe erst mal. Der war richtig geil. Okay, einfach runter, der kommt doch eh. Wo ist er? Nee, kommt nicht. Badeschlappe ist er schon da. Boah, Piersing war auch gut. Doch ist er. Ein Männlein steht im Walde, ganz schön und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein. Und so, dass es sein, das steht im Wald allein. Intro ist so episch, Junge. Ja, das war so geil für ein Battleteal. So ein episches Intro. Und wie hast du geschlafen? Alter, Katastrophe. Ich schlafe schon vor drei Nächten nicht mehr. Ich hoffe, dass du es einfach nicht übertreibst. Das war noch bestes Guter EU-West, Alter. Das war noch editing vom Feinsten, oder? Ich bin nicht so einer. Ich bin kein Assi. Falsche, fangen Sie mal wieder. Ich schau drauf. Warum machst du das? Okay. Ich habe wirklich Angst, der Freundin war nur durch sich. Lass 100% der Arsch, deswegen übertreibst du. Lass, lass, es war gutes Editing, geht noch drei Minuten. Die ganze Harte, die ganze Badeschlappe. Damals haben wir gewusst, wie war der Bild durchdreckt. Das war ja nur die Bestrafung. Das Spiel gab es ja, glaube ich, vorher. Also, ey, denk da alle, wir sind beste Kumpels, man. Ich hatte immer Herzblut, weil ich dich bestrafen musste. Kleid dein Gesicht, Junge. Überleg es dir nochmal, Alter. Gibt so selben Claim. Ne, das war, damals hatten wir noch aufgepasst. Das war, das war Ding. Cover. Aber guck mal, ich glaube, ich hatte damals die Seite schon auf Null. Da merkt man, dass ihr euch einfach nicht verändert habt. Das ist echt so. Scheiß drauf. Das hat so wehgetan, Alter. Oh, oh, der hat so, kennt ihr das? Der hat bis ins Ohrschloch reingezogen, Alter. Und ich habe durchgezogen auf Wut. Weil ich, weil ich Ding, ne, weil ich, weil ich so sauer war, weil ich so viel einstecken musste. Ich habe so durchgezogen. Und vor allen Dingen, der Roller fährt jetzt schon 50 und dann auch der Hammer drauf. Und bei der Kopf war auf den Kopf. Das hat mir echt so der Hammer gegeben, ey. Wird weiter gebungen. Alter. Das war später dann auch, Mann. Das ist mit einer Roder. Ich weiß nicht, du konntest dich ewig halt mal hinsetzen. Weil ich, weil ich so sauer war, weil ich so viel einstecken musste. Ich habe so durchgezogen.